10.000 PS stark, 19,3 Meter lang und mit 87 Tonnen, zehnmal so schwer wie ein Elefant. Das sind die stärksten Spieler der Fußball-Europameisterschaft. Die Taurus-Lokomotiven der ÖBB sind die modernsten und schnellsten Elektro-Lokomotiven auf Europas Schienen. Wenn die Fußballfans im Juni zu den Spielen nach Österreich kommen, sind die ÖBB gerüstet. Und das nicht nur mit 2,4 Millionen zusätzlichen Sitzplätzen. 16 hochmoderne Taurus-Länder-Loks in den Nationalfarben der EM-Teilnehmerländer bringen Fußballstimmung auf. Die durchdesignten ÖBB-Taurus-Lokomotiven werden während der UEFA Euro 2008 mehr als 2 Millionen zusätzliche Fahrgäste ans Ziel bringen. Die stärksten Spieler für die Beförderung der Fans ins Stadion sind somit auch Österreichs stärkste Werbeträger. Wir wollten als ÖBB-Werbescenter für diese Fußball-Europameisterschaft eine Verknüpfung schaffen zwischen unserem Transportauftrag, Mobilität und unserem Werbeprodukt. Und entstanden sind 16 sensationell schöne Länder-Loks und eine, die alle Nationen miteinander abbildet. Das Highlight unter den Taurus-Loks ist die Nummer 17 im Euro-Design, quasi der Europameister unter den Lokomotiven. Strahlende Kindergesichter präsentieren die Nationalfarben der Fußball-Teams, die sich auf die kommende Herausforderung vorbereiten. Auch die ÖBB sind startklar und bieten zusätzlich zur aufgerüsteten Zug- und Busflirte unterstützende Informationen für alle. Wir werden unsere Fans und Gäste an den Bahnhöfen mit eigenem Personal zusätzlich begrüßen. Wir haben Welcome-Desks eingerichtet, ein eigenes Leitsystem, sodass jeder, der in dieser Zeit den öffentlichen Verkehr benutzt, völlig orientiert ist. Um aus einer Taurus-Lok eine Euro-Lok zu machen, sind insgesamt rund 120 Quadratmeter Folien notwendig. Diese werden wie beim Tapezieren auf der Lok verklebt. Nach drei Tagen Arbeit ist die Verwandlung vollendet und die 10.000 PS-Loks wird zum fahrenden Aushängeschild der Europameisterschaft. Denn von jeder Lok strahlen Spieler, Fans, die Europakarte sowie die Nationalflaggen der Teilnehmerländer. Um das Ganze noch zu toppen, ist mittlerweile sogar noch eine 18. Lok dazugekommen. Sie ist dem Veranstalter der Euro 08 gewidmet, der UEFA. Wer wissen möchte, wo sich die Loks gerade befinden, unter www.oebb.at.euro2008 wurde ein eigenes Tool eingerichtet, das die nächsten Positionen und planmäßigen Aufenthalte der Länderloks zeigt. Der Countdown läuft!